Vielleicht einfach zum Einstieg die Frage, du lebst ja in Hamburg, in der Stadt, aus der Ernst Thälmann kommt. Wie bist du denn ursprünglich dazu gekommen, dich mit Thälmann auseinanderzusetzen? Mein Forschungsinteresse und auch mein politisches Interesse war eigentlich immer auf der Geschichte der Linken auch mit Kommunismusforschung. Und in dem Rahmen habe ich mich natürlich auch mit Thälmann beschäftigt und war dann einmal biografisch an ihn geraten, weil ich hier für ein Lexikon gefragt wurde, über einen biografischen Text zu verfassen. Und so war ich direkt auf Thälmann als Person gekommen, aber ansonsten vor allen Dingen, ich hatte über Heinz Brandt geschrieben. Der war Versöhnler in der Späten Weimarer Republik und insofern hatte mich immer kommunistische Geschichte und Geschichte der Linken interessiert. Wenn wir auf Thälmann selbst blicken, er ist 1886 in Hamburg geboren worden und er kommt ja ursprünglich aus einer Kleinhändlerfamilie, die er im Streit verlässt und durch diesen Bruch mit der Familie wird er ja dann zum Hafen- und Schiffsarbeiter, was ja später sein Habitus und seine Ausstrahlung auch bestimmt hat. Er ist früh politisiert, engagiert sich gewerkschaftlich, erfährt dann aber wie viele andere Arbeiter eine Radikalisierung durch den Ersten Weltkrieg und die November-Revolution. Das heißt, er verortet sich ja links von der Sozialdemokratie. Wie würdest du denn themals politische Position, sein politisches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg beschreiben? Ich würde vielleicht noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass er schon vor dem Ersten Weltkrieg sich eher als Linker verstand. Also er unterstützte in der späteren Massenstreikdebatte, also vor dem Ersten Weltkrieg, eher die Position von Luxemburg. Vielleicht muss man auch sagen, kleinbürgerliche Verhältnisse, das ist in der Darstellung der Öffentlichen manchmal ein bisschen, wie soll man sagen, widersprüchlich. Er kommt letztlich aus armen Verhältnissen. Seine Eltern hatten ein kleines Geschäft, waren mal kurzfristig inhaftiert, weil sie Heelerware verkauft haben sollen. Und er politisiert sich möglicherweise auch einfach durch die Erfahrung, quasi sehr früh, in sehr jungen Jahren viel arbeiten zu müssen unter sehr schweren Bedingungen, dann eben der Streit mit den Eltern, der er in den Hafen bringt. Und auch da ist er bereits eben politisch engagiert und da auch schon eher auf dem linken Flügel, wenn man mit den Links-Rechts-Einteilungen so fest arbeiten möchte. Also ich glaube nicht, dass es allein der Krieg ist, der ihn radikalisiert, sondern er hat vorher schon, wie viele Arbeiter und Arbeiterinnen zu der Zeit, durchaus hohe Erwartungen an das, was der Sozialismus in der marxistischen Gesellschaft irgendwann bringen wird. Und natürlich trägt der Krieg ganz erheblich mit zu einer Radikalisierung, insbesondere im Konflikt innerhalb der SPD. Und Thälmann geht im Oktober, desertiert dann mit einigen, also er kehrt vom Heimaturlaub nicht an die Front zurück, quasi ganz in den letzten Tagen des Krieges und schließt sich dann der unabhängigen sozialdemokratischen Partei an. Für die er gewissermaßen bei der November-Revolution, da spielt er keine zentrale Rolle, aber er ist da bereits in der USPD aktiv und engagiert sich gewissermaßen für eine Fortsetzung der Revolution und nicht gewissermaßen auf Seiten der Mehrheitssozialdemokratie. Zunächst ist Ernst Thelenmann also Teil der USPD und er gehört auch innerhalb der USPD ja zu den linken Kräften und gehört ja zu den Teilen der USPD, die eine Annäherung wollen an die KPD, die sich Anfang 1919 gegründet hat. Welche Rolle hat er denn in dieser Annäherung an die KPD gespielt, die ja dann auch Ende 1919 zu einer Vereinigung wird? Also Thelenmann ist quasi der charismatische Fürsprecher hier in der Hamburger Parteiorganisation für eine Vereinigung und es liegt vielleicht auch an seinem Habitus seiner Person, dass es ihm gelingt, über 90 Prozent der USPD-Mitglieder dann bei der endgültigen Vereinigung im Dezember 1920 mit in die KPD zu nehmen. Und insofern ist der Hamburger Bezirk oder Hamburger Parteiorganisation der USPD sehr stark davon geprägt, dass sie das unterstützen. Das ist zum einen Thema, das sind zum anderen aber eben auch Stimmungen innerhalb der Parteibasis, auf die er sich bezieht. Das führt ja auch mit zu seinem relativ schnellen Aufstieg innerhalb der KPD, also wo er sehr früh dann ja mit in die Parteiführung aufsteigt. Du hast jetzt schon die besonderen politischen Verhältnisse oder den besonderen Charakter der Basis in Hamburg angesprochen und das ist ja insofern relevant, als dass man auch bei der KPD ja dann konstatieren muss, dass es auch gerade in der Frühzeit eine Partei gewesen ist, in der es unterschiedliche Strömungen gab, die auch miteinander gerungen haben. Die Hamburger KPD, zu der Thelen gehörte, galt als besonders linksstehend. Was heißt das dann genau? Was kann man sich unter dieser Hamburger Linken vorstellen? Ja, das ist eigentlich ein bisschen komplizierter, muss man sagen, weil die Hamburger KPD, die 1990 gegründet wurde, zum Beispiel mit Hugo Urbans, und einigen kamen eher aus einem, sagen wir mal, intellektuellen, sozialistischen, intellektuellen Milieu und hatte 1919 relativ wenig Mitglieder, während die Arbeiterbewegung in Hamburg ansonsten als überwiegend der Mehrheitssozialdemokratie und dem gewerkschaftlichen Flügel zugeordnet und auch verbunden galt. Und eigentlich war die Radikalisierung der Hamburger KPD dann erfolgt über den Beitritt einer großen Zahl eben durch die USPD gewissermaßen. Also die Hamburger KPD wird wieder linker durch die USPD, die in sie eintritt und nicht, weil sie von vornherein sehr weit links stand, innerhalb dieser verschiedenen Flügel oder Richtungen innerhalb der KPD selbst. Das gehört eigentlich zu den erstaunlichen Entwicklungen, wenn man sich das genauer anguckt. Und was hieß zu der Zeit links, das ist eigentlich, deswegen ich hatte vorhin gesagt, der Begriff ist eigentlich unglücklich, links, rechts gewissermaßen, wenn man KPD nimmt. Das waren vor allem Fragen der Taktik. Also die KPD hatte 1919 zuerst eine Offensivstrategie verfolgt. Das heißt, die Erwartung, wie man bei der Märzaktion 1920 dann sah, die Erwartung mit revolutionären oder sehr provozierenden Aktionen, die Arbeitermassen für sich zu gewinnen und zum Aufstand zu führen und damit zur Weiterführung der Revolution. Das war nach dem Zusammenbruch der Märzaktionen gewissermaßen innerhalb der KPD-Führung skeptischer gesehen worden. Man versuchte dann stärker eine Einheitspolitik zu stärken. Das heißt, stärker wieder auf die SPD mehr zuzugehen, auf die Gewerkschaften mehr zuzugehen und mit denen zusammen was zu entwickeln. Und das war gewissermaßen der Streit eher um, wie geht man vor in der Frage, was man landläufig mit links und rechts innerhalb der KPD meint. Und da gibt es eben in dieser frühen Phase verschiedene Strömungen. Thälmann wird ja sehr schnell dann Vorsitzender der KPD in Hamburg und dann eben auch mit in die Parteiführung der kreisweiten KPD aufgenommen. Dann wird ja dann, das ist ja bekannt, 1925 zum Vorsitzenden. Und diesen Aufstieg innerhalb der Parteihierarchie macht er zuerst auf Seiten der Linken. Also das heißt, eine Strömung um Ruth Fischer und einigen anderen, die 1924 Parteivorsitzende wird, die eher auf der Linken sind und wieder eine Offensivstrategie verfolgen. Offensivstrategie der KPD mit diesem Schlagwort ist ja auch ein Ereignis verbunden, das sich dann im Jahr 1923 ereignet hat, der Hamburger Aufstand. Das ist ja ein Aufstand, der sein Scheitern schon im Titel trägt, weil es ja eigentlich ursprünglich ein Aufstand in ganz Deutschland sein sollte, der aber eben auf Hamburg und Umgebung beschränkt geblieben ist. So eine Art deutsche Oktoberrevolution, das war in der KPD schon in der Zeit davor auch diskutiert worden. Aufgrund verschiedener Umstände, auch aufgrund von Kommunikationsproblemen, ist es aber eben 1923 nicht zu einem flächendeckenden Aufstand geworden. Es gibt diesen bekannten DEFA-Film von Kurt Metzig, Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse. Und in diesem Film sieht man ja Thälmann so ein bisschen als Waisenführer des Hamburger Aufstands, der dann auch voraussehend den geordneten Rückzug der kämpfenden Arbeiter organisiert, als das klar wird, das ist nicht sozusagen zu halten und das ist keine bundesweite Geschichte. Was hat denn Ernst Thälmann in diesem Hamburger Aufstand für eine Rolle gespielt? Also bei dem Film Thälmann Sohn seiner Klasse kann man, glaube ich, sehr schön sehen, wie der Mythos Thälmann auch mit dem Hamburger Aufstand verbunden worden ist. Man muss sagen, der genaue Grund, warum es in Hamburg zu diesem Aufstand kommt, ist nicht wirklich abschließend in der Forschung geklärt. Thälmann war ein Befürworter dieses Projektes, was eben angesichts der Situation, wir haben Hyperinflation, am 1. Oktober gibt es einen Putschversuch von Rechten, Küstriner Putsch von der Schwarzen Reichswehr und so, also es gibt eine große Unruhe und vor allen Dingen ist der wichtige Moment, im Oktober bilden sich in Sachsen und Thüringen Arbeiterregierungen von SPD und KPD. Und darauf stützt die KPD ihre Hoffnung, dass in zwei Ländern bereits Regierungen bestehen, Arbeiterregierungen, teilweise mit Bewaffnungen von Arbeiterschaften, die auch gebildet werden, und dass man die Hoffnung hat, das ist ein Moment, wo man, wenn man jetzt einen Aufstand wagt oder versucht vorzubreschen, dann gewissermaßen die Massen, das ist ja immer die Vorstellung, die Massen lassen aufgreifen und dann sich anschließen. Und das war wahrscheinlich, es gab Aufstandspläne natürlich für das Reich im weitesten Sinne und du hattest Kommunikationsprobleme angesprochen, das sind vermutlich irgendwie entweder ein falscher Kurier, der losläuft und das ZK ruft eigentlich alle zurück und nur der in Hamburg kommt oder es war eine Aktion in Hamburg selbst. Das ist nicht wirklich abschließend geklärt. Was aber auf jeden Fall klar ist, Thiemann befürwortet diesen Versuch, aber er spielt natürlich keine Rolle, schon gar nicht militärisch. Thiemann ist zu der Zeit, versucht er die Hamburger Hafenarbeiter zum Aufstand mit zu motivieren, zu Unterstützungsdemonstrationen. Das bleibt aber erfolglos, also es gibt da keine Generalstreik, der in Hamburg ausgerufen wird, sondern der Aufstand bleibt auf einige Stadtteile, Bambeek und Schiffbeek werden Gemeinden genannt und einige andere Orte, wo Polizeiwachen besetzt werden, beschränkt. Das sind 300 Leute ungefähr, die quasi die Kämpfe tragen. Das waren also militärisch vorgebildete Leute in der KPD, die entsprechend vorbereitet waren. Der ganze Aufstand ist aber nach wenigen Stunden ist den meisten klar, dass er keine Fortsetzung und keinen Nachhall führt, insbesondere weil die Regierungen in Sachsen und Thüringen dann unter Reichsexekution stehen, was zu der Zeit erfolgt. Das heißt, sie werden abgesetzt und die Reichswehr marschiert ein und dagegen gibt es keinen Widerstand. Also die Erwartungen, dass die Gesamtkonstellation zu einem Aufstand führt, zeigen sich nicht. Und den Rückzug hat auch nicht Thiemann angeordnet, sondern Hugo Urbans, ein parteiinterner Gegenspieler, der militärische Leiter war Martin Kippenberger, die dann abtauchen. Urbans wird später dafür auch verhaftet und angeklagt, während Thiemann zu der Zeit nicht angeklagt wird, weil er eben auch keine Rolle in den militärischen Auseinandersetzungen oder in den Straßenkämpfen, wenn man so möchte, gespielt hat. Das ist eine nachträgliche, soll man sagen, Verklärung der Rolle Thiemanns, die bereits in den 20er Jahren einsetzt. Als Thiemann Parteivorsitzender wird, lebt er gewissermaßen, wie er insgesamt ja von seiner charismatischen Ausstrahlung wahrscheinlich lebt, also proletarischer Habitus, ehrlicher Arbeiter, Teddy etc. Und das beginnt eigentlich mit seinem Wahl zum Parteivorsitzenden dann, nachdem die Linke fragt zu, um Ruth Fischer abgesetzt ist und Thiemann gewissermaßen parteitaktisch betrachtet, die Linke verlässt und dann Parteivorsitzender wird. Und dann beginnt eben so, dass er auch von diesem Hamburger Aufstand mit politisch profitiert, obwohl er selber diese Rolle nicht gehabt hat, also keine Rolle darin gespielt hat. Nun war ja eine der Reaktionen auf diese Niederlage in Hamburg innerhalb der KPD ein Prozess, der eine noch engere Ausrichtung am russischen Vorbild sein sollte. Die Bolschewisierung der KPD, das war schon Stichwort, ein Prozess, der ja zunächst eben erstmal mit Namen verbunden ist, die du auch schon genannt hast. Ruth Fischer, Akadij Maslow, Werner Scholem sind solche Leute, die der äußersten Linken in der KPD angehören. Erst später wird dann aus der Bolschewisierung der Partei ihre Stalinisierung und genau damit kommt ja Ernst Thielmann dann an die Spitze der Partei. Was sind das für Vorgänge, die Thielmann 1925 zu diesem Vorsitzenden der Partei machen? Ja, zum einen, dass er eine Ausstrahlung hat, also ein Habitus, dass er sich quasi von Fischer und Maslow, die dann quasi als eher Intellektuelle innerhalb der Partei, dann gewissermaßen abgelehnt werden. Und er dann eben steht als jemand, der für eine ehrliche, gute Führungsfigur oder als Vorzeigeproletarier ist er auch bezeichnet worden, gut funktioniert und dadurch integrativ wirkt. Also die Stalinisierung ist es 2025 ja noch nicht, sondern Thielmann schreibt zu der Zeit, ist ein häufig zitierter Text, dass er sagt, der Hamburger Aufstand ist eben schiefgegangen, weil unsere Partei noch nicht so bolschewistisch einheitlich und diszipliniert war, wie es nötig gewesen wäre. Also da geht es aber eher darum, dass man, wie soll man sagen, geschlossener, diszipliniert auftritt. Das ist noch nicht die völlige Unterordnung unter Stalins Direktiven. Das kommt erst einige Jahre später. Aber natürlich die Diskussion mit der Kom-Intern, das ist ja eigentlich der Bezug, also die kommunistische Internationale in Moskau, der die KPD sich ja untergeordnet hat. Also gewissermaßen die Entscheidung der Kom-Intern gelten für die kommunistischen Parteien der Länder als bindend. Und Thielmann war auf zwei Kongressen, 21 und 28 in Moskau, der Kom-Intern, und hat die wie viele andere auch zu der Zeit diese Linie vertreten und eben gesagt, wir müssen stärker und geschlossener auftreten. Wir haben es ja dann in der Weimarer Republik mit dem Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung zu tun. Und mein Eindruck ist, dass Ernst Thielmann in dieser Hinsicht so ein bisschen eine ambivalente Rolle spielt. Also auf der einen Seite hat er sich ja zum Antifaschismus bekannt, auch als Vorsitzender des Roten Frontkämpferbundes, der ja auch war. Und ihm werden auch Sätze zugeschrieben, die von einer gewissen Voraussicht zeugen. Wer Hindenburg wählt Hitler, wer Hitler wählt, der wählt den Krieg. Auf der anderen Seite steht Thielmann auch für Tendenzen, die vielleicht typisch auch für die KPD damals waren, die Sozialdemokratie weiterhin als Hauptfeind zu sehen und mit den Nazis vielleicht so ein bisschen um den echten und wahren Nationalismus zu konkurrieren. Würdest du da meinen Eindruck teilen? Wie würdest du diesen Thielmannschen Antifaschismus beschreiben? Also vielleicht, wenn ich noch ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen muss, weil ich glaube, die vorherige Antwort war nicht ganz erschöpfend, weil letztlich die Stalinisierung setzt nach 1928 an und Thielmann übersteht eine schwere Parteikrise als Vorsitzender, nämlich die sogenannte Wittorf-Affäre. Das war ein Kassierer in Hamburg, der Geld unterschlagen hatte und ein enger Vertrauter von Thielmann war und Thielmann deckt das. Und andere Gruppen, die später als Rechte bezeichnet wurden, wollen diese Vertuschung quasi, heute würde man vom politischen Skandal sprechen, machen das bekannt. Sein alter Gegenspieler Hugo Urbans über den Leninbund macht das und sagt, Thielmann beteiligt sich daran. Das führt im September 1928 zu einem Beschluss der ZK, das Thielmann abgesetzt werden soll und diese ganze Sache untersucht werden soll. Und da interveniert Stalin und schreibt einen Brief, in dem die Thielmann als Vorsitzenden bleibt, dieser Beschluss der ZK revidiert werden soll, was im Sinne, was ich vorher sagte, Kommentarenunterordnung dann von der Parteifolge geleistet wird. Im Zuge dessen entstehen dann Brandler und Thalheimer, die vorher als Rechte galten, gründen dann die KPD-Opposition, also diese kleinere kommunistische Partei mit Hochburgen, vor allen Dingen in Sachsen und Hamburg zum Teil. Und also diese Affäre ist eigentlich nötig, oder ist ein wichtiger Baustein, um danach zu sagen, Thielmanns Rolle ist ganz unumstritten dann als Parteiführer. Und dann kommt als weiteres Ereignis das Verhältnis, oder das Verhältnis zur SPD ist natürlich seit der November-Revolution immer angespannt und mal von Annäherung, mal von Distanzierung, geprägt übrigens auch Seiten der SPD, die ja auch mit der KPD häufig nicht zusammenarbeiten wollen. Hier spielt ein wichtiger Punkt, der im 1. Mai 1929, der sogenannte Blutmai, als die KPD trotz eines Demonstrationsverbotes dazu aufruft, zum ersten Mal zu demonstrieren, das kommt zu schweren Ausschreitungen in Berlin, und dann schließt sich zu, ich glaube, 30 oder 40 Tote, hat es über mehrere Tage in Berlin. Und dieses Ereignis von der KPD, mal das Blutmai markiert, führt dazu, dass dann nochmal stärker der Sozialfaschismus, wie es hieß, als der Hauptfeind der Arbeiterklasse betrachtet wird. Und die Agitation der KPD dann eigentlich bis 1933 im Wesentlichen gegen die SPD gerichtet ist. Und Thielmann hat es nach dem Antifaschismus gefragt, und die KPD verkündet dann die antifaschistische Einheitsbewegung quasi. Aber versteht das so, dass sie sagen, wir müssen die SPD-Mitglieder die Einfachung für uns gewinnen und immer die Führung der SPD attackieren als verräterisch gegenüber der Arbeiterklasse. Das versucht man über ganz viele Punkte, einzelne Beschlüsse auch im Kommunalbereich oder so, anzugreifen und dann immer aufzuzeigen, das ist das wichtige Ziel, zu sagen, die SPD verspricht euch was, aber sie hält es nicht. Man will die SPD-Wählerschaft oder Anhängerschaft gewinnen. Das ist das, was unter diesem antifaschistischen Einheit der KPD lange Zeit von der KPD verstanden wird. Also, dass man da einen Bruch reinmachen muss. Und sicherlich zu der Tragik dieser Auseinandersetzung zwischen KPD und SPD gehört, dass man den Aufstieg der NSDAP lange Zeit unterschätzt. Also, das ZK der KPD hat von 1930 bis 1933, glaube ich, sechsmal, ich weiß nicht genau, Hermann Weber hat das irgendwo mal geschrieben, sechsmal quasi die Hauptstrategie geändert. Also, wen man jetzt gerade zum Hauptfeind erklärte. Und daran sieht man so ein bisschen in kurzer Zeit, ändert sich das oft sehr schnell. Und du hattest angesprochen, nationalen Kurs, also 1930 das Programm der nationalen, wie soll man sagen, zur Rekonstruktion der Nation. Und da stellt sich die KPD quasi sehr an die Seite und wirft der NSDAP vor, dass sie mit ihrem Verbündeten Mussolini bereit sein, Südtirol abzutreten. Und die KPD würde dafür sorgen. Oder dass sie wirklich die Reparation an die Alliierten abschaffen würde, während die NSDAP sich in manchen Abstimmungen das nicht trauen würde oder Ähnliches. Also, das Ziel zum Teil dieses nationalen Kurses, der eine Zeit lang gilt, hat gewissermaßen eher das Ziel, Anhänger der NSDAP dafür zu gewinnen, zu sagen, die sind gar nicht so national, sondern das ist eher Kamouflage oder von denen gelogen. Also, diese Strategie ändert sich zwar in 1932 wieder oder diese Ausrichtung, aber Hauptfeind bleibt eigentlich die ganze Zeit überwiegend der Sozialfaschismus. Da galt Stalins Wort. Also, Faschismus und Sozialfaschismus seien Zwillingsbrüder. Also, die gehören gewissermaßen zusammen und seien eigentlich gar keine getrennten Bewegungen, sondern das ist eigentlich dasselbe. Und deswegen müsste man vor allem die SPD bekämpfen, um deren Mitglieder und Anhänger zu gewinnen. 1933 kam es zur Machtübertragung an die Nazis. Im März 1933 der Reichstagsbrand und im Zuge der dann ansetzenden Repression wird auch Ernst Thälmann verhaftet. Er ist vielleicht somit einer der prominentesten Gefangenen der Nazis. Im August 1944 ist er schließlich ermordet worden. Was kannst du denn über diese Zeit der Gefangenschaft, über diesen Leidensweg auch sagen? Also, man muss auf jeden Fall sagen, Thälmann bleibt sehr standhaft in dieser Leidenszeit. Also, er hat Kontakte, Kontaktmöglichkeiten bis Ende der 30er Jahre. Er kann Kassiber über seinen Anwalt und über seine Frau, die ihn besuchen kann in der Haft, nach draußen bringen. Er hat also noch bis 38 Kontakt zur Parteiführung der KPD. Aber er kann Hinweise geben oder kann Sachen geben. Das ist deutlich, dass er daran weiter politisch anflussreich bleibt und eben standhaft bleibt. Man muss dazu natürlich auch wissen, die Verhaftung war auch nach irgendwelchen anderen Kriterien, rechtsstaatlichen Kriterien, rechtswidrig. Es gab nie eine Anklage gegen ihn. Die Nazis planten zuerst gegen Thema einen großen Prozess zu führen. Nach dem Debakel mit dem Reichstagsbrandprozess vom Leipziger Gericht, als Georgi Dimitrov freigesprochen wurde und einige andere Kommunisten, hat man denn 35 endgültig davon Abstand genommen, jemanden anzuklagen und hat dann gewissermaßen ihn in Schutzhaft genommen und einfach in Haft gelassen. Er wird ermordet auf persönlichen Befehl Hitler. Soweit man weiß, die Todesumstände sind nicht ganz exakt geklärt, an welchem Tag und wo er genau ermordet wurde. Aber es war klar, im August 1944 ist er irgendwann ermordet worden. Das hatte vor allem in der Bundesrepublik ein langes, langes juristisches Nachspiel, weil den SS-Leuten, die an der Ermordung aller Voraussicht nach beteiligt gewesen sind und davon wussten, wurden angeklagt, aber immer freigesprochen oder bei einer Verurteilung in den 80er Jahren gab es eine, die dann wieder aufgehoben wurde. Also das heißt, dafür ist nicht jemand belangt worden. Das gehört zu den düsteren Punkten der bundesdeutschen Geschichte in dieser Hinsicht. Was Thiemann aber vor allem auch war, muss man sagen, das war ja schon in den späten 20er Jahren mit der Stalinisierung der Partei. Es gab einen bestimmten Personenkult um ihn, eben diese, was ich vorhin sagte, Vorzeigeproletarier. Und das setzt sich mit seiner Haft quasi als geradezu internationales Symbol der antifaschistischen Bewegung weltweit fort. Also Thiemann ist eines der prominentesten, bekanntesten Gefangenen der kommunistischen Partei in Deutschland und wird weltweit eben, es gibt Solidaritätsaktionen, und es werden Orte nach ihm benannt. In der Sowjetunion, im Spanischen Bürgerkrieg kämpfen die deutschen Interbrigadisten, in der Thiemann-Kolonne, es gibt Spendensammlungen für ihn, Freilassungsforderungen und so weiter. Das heißt, er erfüllt auch da eine bestimmte Funktion und zwar als Symbol für die antifaschistische Bewegung und als Märtyrer im durchaus auch positiven Sinne. Also für viele als positiver Bezug kann man das sehen. Du sprichst was an, was sich ja nach 1945 fortgesetzt hat, insbesondere in der DDR, dass nämlich Ernst Thiemann als Person eine sehr zentrale Figur wird auch für die DDR-Geschichtsschreibung. Ich selbst habe da so ein Bild im Kopf, das auch so ein bisschen mit meiner Herkunft zu tun hat, weil ich nämlich aus Weimar komme und dort gibt es diesen Platz der Opfer von Buchenwald und da ist eben eine Ernst-Thiemann-Figur aufgestellt mit erhobener Faust und dahinter steht groß an der Mauer geschrieben, aus eurem Opfertod wächst unsere sozialistische Tat, was ja in gewisser Weise auch eine Rationalisierung auch ist und auch nur bestimmte Opfergruppen in den Blick nimmt. Was kannst du vielleicht zu dieser Art von Geschichtspolitik sagen, was für Ambivalenzen, Widersprüche stecken da vielleicht drin? Also ambivalent ist es auf jeden Fall, weil natürlich, man kann ganz prinzipiell sagen, immer in dem Moment, wo jemand zum Mythos wird und verklärt wird und überhöht wird, gibt es natürlich viele Überdeckungen. Also die Personen Ernst Thiemanns, also der Mensch, wenn man so möchte, auch mit seinem Leiden oder auch mit seinen Widersprüchen, die bei Thiemann insbesondere während des Hitler-Stalin-Paktes 1939 eine große Rolle spielten, weil er sich Hoffnung machte, dass er ausgetauscht wird. Es gab ja zu der Zeit für gute anderthalb Jahre eine relativ enge Verbindung zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschlandes, es werden Kommunisten aus der Sowjetunion ausgeliefert nach Deutschland. Und zu der Zeit hat Thiemann eigentlich die Hoffnung, dass er vielleicht rausgeholt wird. Er war ja ein sehr prominenter Bekannter, Gefangener. Und das erfolgt nicht. Stalin ist nicht bereit, da was auf den Weg zu bringen in dieser Hinsicht oder ihn mit in die Verhandlungen irgendwie einzubauen. Sicherlich auch, weil da die Rolle Thiemanns quasi als Märtyrer hilfreicher ist, als wenn man ihn in die Sowjetunion hätte geholt. Das sieht man in den Briefen, die er aus dem Gefängnis schreiben konnte, dass daran für ihn schon eine große Irritation ist und er daran auch sehr unglücklich drüber ist. Solche Fragen wurden in der DDR, Hagiografie muss man ja sagen, also quasi in der heiligen Verklärung, natürlich nicht behandelt. Es wurde auch nicht die Frage der antifaschistischen Einheitspolitik und die Widersprüche, die damit zusammenhingen, wurde ebenfalls nicht thematisiert, sondern wurde quasi als zu einem reinen Symbol verklärt, der dafür steht, als wichtige Legitimationsressource der DDR, eben im antifaschistischen Sinne ein Staat zu sein, der eben auf den Opfertod oder den Opfern der Arbeiterbewegung und der Antifaschisten gewissermaßen beruht. Und vor allem dann immer der Verweis darauf, so wie wir es machen, das ist im Sinne Ernst Thiemanns. Das ist im Nachgang immer schwierig zu klären, was jemand vielleicht in späteren Jahren darüber gedacht hätte, wie was passiert. Das ist ein prinzipielles Problem. Aber in der DDR wird es gewissermaßen sehr stark übertrieben. Das heißt, die Person und das Handeln Thiemanns verschwindet dahinter ganz stark. Er ist quasi der geniale Parteiführer, der von Erfolg zu Erfolg taumelt mit seiner Partei, was angesichts der historischen Tatsachen oder Realitäten ja so nicht ganz zutrifft. Es gibt da keine Brüche drin. Denn dazu gehört eben angefangen bis zum Hamburger Aufstand, da hat es den Thiemann-Film erwähnt von 1954, wo Thiemann quasi der wesentliche Stratege ist. Das war er ganz bestimmt nicht und nicht in dieser Auseinandersetzung. Aber auch spätere Widersprüchlichkeiten oder Schwierigkeiten, auch diese Parole, die natürlich im Nachgang prophetisch wirkt, wer hinten ein Buch wählt, wählt Hitler und wer Hitler wählt, wählt den Krieg, entstammte natürlich auch durchaus taktischen Überlegungen. Das war ja nicht so, dass da eine Frage, das, was heute im Vordergrund steht, Holocaust, andere Bekämpfungen, das war da nicht unbedingt der Hintergrund dieser Parole, sondern es war einfach die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, dass der deutsche Militarismus, für den Hindenburg steht, sich dann mit den Nazis verbündet und die würden dann zum Krieg führen. Also es war nicht so sehr eine Warnung direkt vor dem Nationalsozialismus im Vordergrund. Solche Debatten darum oder Fragen, die man als Historiker natürlich führt, weil man wissen will, wie konnten Leute in ihrer Zeithandel, auch in ihrer Zeitgebundenheit, das fiel da weg. Spiegelbildlich dazu im Westen und auch vor allem nach 1990, es gibt von Journalisten Armin Fuhrer so eine Darstellung Soldat des Proletariats, der zeichnet Themen durchgängig nur negativ, als quasi Feind der Demokratie, der dagegen kämpfte und so weiter. Auch das entleidet natürlich aller Zeitumstände. Also wenn man sagt, er war 1919 für eine Rätedemokratie, dann war das nicht, weil Thiemann irgendwie kein Demokrat war oder so, sondern er war das, was in der Arbeiterbewegung zu der Zeit von vielen debattiert wurde, als arbeiterradikale Grundhaltung, wie man ein neues Gesellschaftssystem aufrichten soll. Und das kennzeichnet ihn nicht sofort als jemand, der immer von vornherein antidemokratisch war. Also es gibt von Eberhard Zichon und Heinz Maron so eine Thiemann-Sammelgeschichte mit Aufsätzen, die völlig apologetisch ist. Bei dieser Rezension zu dem Buch schrieben Theo Bergmann und Mario Kessler irgendwann, man muss Thiemann auch durchaus, trotz seiner Fehler und Stalinisierung etc., auch gegen falsche Freunde gewissermaßen verteidigen. Also dass man sagen kann, er hat natürlich eine bestimmte Entwicklung, dafür steht er, aber im Nachgang soll man ihn nicht völlig verherrlichen, wie es in der DDR passierte oder bei einigen Leuten, die dem noch nachtrauern. Genauso wenig soll man ihn jetzt komplett verdammen, wie es im Westen eben passierte. Die Theemannstraße, die man 1945 in Hamburg eingerichtet hatte, wurde 1956, über der Einmarsch in Ungarn, wurde sie dann in Budapester Straße umbenannt. Also solche Abkehr gewissermaßen davon, das ist natürlich auch nicht passend.